Und das ist jetzt so? Hat der für einen Namen? Der hat einen Namen, ja. Und der heißt wie? Das ist ein Q500 Barracuda. Barracuda Q500? Ja. Achso. Gucken wir uns mal an. Doch nicht mitten drin. Handstart, ja? Ja. Nee, Bodenstart. Ui. Fehlstart. So, zweiter Versuch. Jetzt kommt er weg. Mehr Folgen. Der wird crowdverlässig. Ja, ja, ist ein bisschen ab. Ja, ja, ist ein bisschen ab. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.